Die Frage ist ja, Frau Schnitzer, was bedeutet das für so ein Leben, wenn wir sozusagen die Arbeit nicht mehr in das Zentrum unseres Lebens rücken? Was macht das mit einem Menschen? Ich weiß nicht, ob die Menschen wirklich alle so ticken, dass die sagen, jetzt mache ich nicht mehr Arbeit, jetzt mache ich was anderes, jetzt verwirkle ich mich selbst. Da werden wir ja bei dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen sicherlich gleich drauf kommen. Ich denke, für die meisten Menschen ist die Arbeit ihr Sinn. Das heißt, die gehen gerne zur Arbeit, weil ihnen das auch mehr gibt als nur das Einkommen. Das hat man übrigens bei Studien zu den bedingungslosen Grundeinkommen festgestellt. Für die Menschen ist Arbeit auch sozialer Kontakt. Haben wir jetzt in der Pandemie erlebt, wenn die im Homeoffice waren, das hat alles gut funktioniert, aber sie haben die Menschen nicht gesehen. Es fehlt ihnen auch die Struktur, morgens aufzustehen, zu wissen, warum sie aufstehen, irgendwo hinzugehen. Das meine ich doch. Das ist doch in uns so drin, dieses Gefühl, du möchtest doch gebraucht werden. Das ist doch die berühmte Suche nach dem Sinn. Das ist doch das, was uns alle letzten Endes treibt. Ja, aber nicht der einzige Sinn. Also früher war, also heute ist Arbeit eine Sinndimension im Leben unter mehreren. Also Beziehungen hat heute viel höhere Sinndimensionen. Kinder haben eine viel höhere Bedeutung als in früheren Zeiten. Freundschaften haben eine höhere Bedeutung. Meine persönliche Fitness, mein Aussehen hat eine höhere Bedeutung. Also Arbeit ist für Sinnstiftung wichtig. Und der Witz beim Grundeinkommen ist, das Grundeinkommen ist ja nicht die Alternative zum Arbeiten. Das Grundeinkommen ist die Alternative zum Arbeitszwang. Das ist ein ganz großer Unterschied. Die allermeisten Menschen, die ein Grundeinkommen bekämen, würden weiterhin arbeiten. Ich frage immer bei meinen Vorträgen, wer von Ihnen würde, wenn er 1.400 oder 1.500 Euro vom Staat kriegt, morgen aufhören zu arbeiten. Das würden die Allerwenigsten tun. Wer kommt denn zu Ihren Vorträgen? Kommen da die Langzeitarbeitslosen? Bedingungslos bedeutet zweierlei. Erstens, ich mache es nicht davon abhängig, ob die Leute Geld brauchen. Sprich, alle bekommen das. Sprich, auch der Millionärsohn bekommt das, der eine Firma geerbt hat. Und der kriegt das genauso. Da fragt man sich schon mal, ist das so sinnvoll? Denn wenn ich für den auch noch Geld ausgebe, dann könnte ich eigentlich mit dem gleichen Geld den anderen noch ein bisschen mehr geben, die es wirklich brauchen. Das ist das erste Problem, was ich damit habe. Und das zweite Problem, was wir dabei haben, ist, dass wir im Grunde nicht fördern und fordern, so wie aktuell unser System ist. Wir geben den Leuten ja ein Grundeinkommen. Sie bekommen ja Hartz IV und Wohngeld und all sowas. Das heißt, wir geben ja den Menschen die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, wenn sie keine Arbeit haben. Aber wir machen es abhängig davon, dass sie keine Arbeit finden können, dass sie nicht arbeiten können. Und dass sie aber grundsätzlich bereit sind, zu arbeiten. Wir fordern also etwas von ihnen. Wenn man diese Forderung nicht mehr aufstellt, dann im Grunde sagt man, von euch erwarte ich eigentlich gar nichts. Und ich glaube, das ist nicht die richtige Einstellung. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass den Menschen klar ist, eigentlich bin ich erstmal für mich zuständig. Eigentlich sollte ich schauen, dass ich für mich sorge. Und wenn das nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, dann hilft mir die Gemeinschaft. Also wenn man sich fragt, wie viele Menschen wehren denn dafür, dass man bedingungslos einfach Geld gibt, ohne dass man sich überhaupt Mühe gegeben hat, eine Arbeit zu finden, dann gäbe es genug, die sagen, das sehe ich eigentlich nicht so. Gehen Sie mal in die USA, wo noch nicht mal Verständnis dafür da ist in der großen Mehrheit der Bevölkerung, dass man eine Krankenversicherung haben sollte für jeden, dass das eigentlich ein Selbstverständnis sein sollte. Zuerst dafür finden Sie keine breite Zustimmung. Wie viel gehen die Menschen auf die Straße und sagen, Obamacare um Gottes Willen. Nein, wenn jemand krank wird und der kann eine Krankenversicherung haben. Auch als die Corona-Hilfen jetzt gezahlt wurden, ist sehr interessant, das zu sehen. In den USA ist der Reflex ein völlig anderer als in Europa. In den USA, wenn man die Leute gefragt hat, warum sind denn so viele Millionen nicht mehr zurück an ihre Arbeitsplätze gekehrt, war die Standardantwort fast durchgängig. Naja, das kommt davon, weil dieser Kommunismus jetzt hier um sich greift, weil man den Leuten so viele bedingungslos sozusagen Corona-Hilfen gezahlt hat. Das müssen wir denen dringend wieder wegnehmen, damit sie endlich wieder zur Arbeit gehen. In Europa war der Reflex zu sagen, guck mal, das zeigt, wir müssen die Leute besser bezahlen, damit sie wieder zurückkommen zu ihrer Arbeit. Völlig andere Mentalität und völlig andere Herangehensweise. Ich glaube, in Amerika, bedingungsloses Grundeinkommen, wo das so viel diskutiert wird, ich glaube, da würde man mit der Masse der Menschen, hätte man ein großes Problem. Also die USA waren das große Land der Welt, das mal ganz, ganz knapp dabei war, das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Wann war das? Das war Ende der 60er Jahre, unter Nixen. Es gibt eine Fernsehansprache von Nixen, in der er gesagt hat, wir werden das Land sein, das den ersten Menschen auf den Mond schickt und wir werden das Land sein, das die Armut für immer besiegt und ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Das hat er deswegen gemacht, weil sein demokratischer Gegenkandidat, George McGovern, weil der dieses Programm hatte. Und die klügsten Köpfe damals in den USA, mehrere Nobelpreisträger, haben darauf gedrängt, dass ein Grundeinkommen eingeführt wird. Unter anderem James Tobin, der bekannt ist durch die Tobin-Tags, also durch die Finanztransaktionssteuer. Und warum ist es nicht dazu gekommen? Es ist deswegen nicht dazu gekommen, weil Nixen die Wahl so haushoch gewonnen hat, gegen McGovern, dass er die anschließend nicht mehr einführen brauchte. Das heißt, er wollte damals, so wie Nixen ja war, also war er mit allen Abwassern gewaschen und dreimal chemisch gereinigt, er hat also dem politischen Gegner im Grunde genommen das Argument aus der Hand genommen und gesagt, die macht das auch. Und dann war es nicht mehr unbedingt notwendig. Ich finde ja ganz grundsätzlich, Frau Schnitts, die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens ist ja irgendwie auch eine faszinierende Idee, dass man sozusagen Menschen eine Summe, einen bestimmten Betrag jeden Monat bezahlt und damit sind sozusagen die wichtigen Dinge des Lebens geregelt. Das heißt, der tägliche Existenzkampf hat dann ein Ende. Und du kannst dich vielleicht tatsächlich deiner beruflichen Selbstverwirklichung zuwenden, kannst nach einer wirklich Sinn stiften in Tätigkeit suchen, statt irgendwo, weiß ich nicht, einen öden Bürojob oder was auch immer zu machen. Also eigentlich ist die Idee faszinierend. Die Frage ist, wie könnte man sowas finanzieren und wie hoch müsste sowas sein, damit alle wirklich was davon haben? Also wenn wir jetzt einfach mal ausgehen vom aktuellen Grundeinkommen, was wir im Grunde zur Verfügung stellen, nämlich Hartz IV plus Wohngeld. Plus Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung. All das. Also wenn wir jetzt mal diese Beträge nehmen, dann wären wir für jemanden, der in München wohnt, bei 1208 Euro. Das müsste man also jetzt für alle Menschen ausrollen, denn zumindest in München muss man ja davon leben können. Ich komme gleich darauf, warum das eigentlich problematisch ist, aber da würden wir über 900 Milliarden Euro sprechen. 900 Milliarden? Wenn wir das für ganz Deutschland bezahlen sollten. Unser Bundesetat liegt bei ungefähr 350, 80, sowas. Bis 400 jetzt. Das würde also nicht so leicht reichen. Ich will gleich sagen, warum das an der Stelle ich jetzt auch wieder problematisch finde, weil wir haben wiederum zwei Probleme. Wir würden jetzt dieses Geld an den Münchner ausrichten müssen, weil da die Wohnungen am teuersten sind. Aber das heißt, wir hätten eine Ungleichbehandlung, weil jemand, der in einer ganz anderen Stadt wohnt, wo die Mieten sehr viel günstiger sind. Oder der in Mecklenburg irgendwo auf dem Land lebt, hat eine andere Miete. Genau, wenn er genau das gleiche Geld bekommt, dann kann er sich davon mehr leisten. Ist das jetzt gerecht? Der eine kriegt sozusagen gerade so viel, dass es zum Leben reicht, so wie wir das Leben jetzt definieren. Existenzminimum, bloß kulturelle Teilhabe, alles, was man da reinrechnet. Ein anderer könnte sich mehr davon leisten. An der Stelle hätten wir also eine Ungleichbehandlung, wenn wir das nicht darauf konditionieren, wo leben die Menschen. Und zum Zweiten, wenn wir das jetzt pro Kopf machen, haben wir das nächste Thema. Jemand, der in einer Gemeinschaft wohnt, also beispielsweise mit dem Ehepartner, mit Kindern, Großfamilie, wenn die das alle pro Kopf bekommen, dann stelle ich mich sehr viel besser, weil zu zweit oder jedenfalls in einer größeren Wohnung, WG von mir aus, lebe ich ja sehr viel günstiger, ist die Miete pro Kopf sehr viel günstiger. Also ich würde jedenfalls an der Stelle den Anreiz haben, mit mehr Leuten zusammenzuwohnen. Derjenige, der alleine leben möchte, der ist an der Stelle schlecht dran. Also das sind schon mal zwei Dinge, die dann ungerecht wären, wenn ich das wirklich so pro Kopf ausrechnen würde. Und zwar an dem orientiert, der die höchsten Kosten hat am Münchner. Wie könnte das denn aussehen, Richard, wenn man das mal skizziert? Also wie viel würde jeder erwachsene Mensch kriegen? Wie viel würde jedes Kind kriegen? Wie viel würde möglicherweise jeder Jugendliche, Student, was auch immer kriegen? Also es gibt natürlich ganz viele Modelle. Ich erzähle jetzt das, was ich hier präferieren würde. Ich würde es beim Kindergeld belassen. Ich würde also Kindern kein Grundeinkommen zahlen. Das unterscheidet mich von Menschen in der Linkspartei, die ein hohes Grundeinkommen für Kinder zahlen würden. Das würde ich nicht tun. Ich würde das also erst mit 18 Jahren anfangen lassen. Und es müsste ein Betrag sein, der eben höher sind als die vorhin genannten 1.208 Euro. Da muss man dann gucken, ob das 1.300 oder 1.400 wären. Das heißt also, wichtig wäre, dass jetzt eigentlich keiner schlechter gestellt ist als im Sozialstaat bisher. Dann würde ich einen sozialen Kahlschlag machen. Und dann würde ich die Gewerkschaften gegen mich aufbringen. Und so weiter. Und es wäre auch keine Grundsicherung. Also wenn es weniger wäre als Hartz IV, wäre es eigentlich sinnlos, das überhaupt einzuführen. Deswegen müsste der Betrag höher sein, als es das ist. Was Sie gerade gesagt haben, sind so eine Reihe von Mikro-Ungerechtigkeiten. Klar, in München ist das Leben teurer als in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist schon richtig. Dafür lebe ich halt in München. Das habe ich immer auch dann mehr oder weniger so ausgesucht. Da sehe ich keine große Ungerechtigkeit. Ich schaffe eine riesige Ungerechtigkeit ab, die man Ausbeutung nennen kann. Dass also Leute gezwungen sind, Arbeiten zu machen, die sie beim allerbesten Willen nicht machen wollen, weil man ihnen sonst auch noch den geringen Satz, den sie vom Staat kriegen, auch noch kürzt. Also insgesamt unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten fügen wir sehr viel Gerechtigkeit ein. Und was diese Sache anbelangt mit den Millionären, wir müssen ja über die Finanzierung reden. Also ich finde es überhaupt keine so gute Idee, dass wir Arbeit so hoch besteuern. Mir wäre es sehr lieb, wenn wir da, wo sich Geld ohne Arbeit vermehrt, wenn wir das stärker besteuern würden. Das heißt also, der Grundgedanke müsste hingehen, den riesigen Ballon der Finanzwirtschaft stärker anzuzapfen und die Realwirtschaft stärker von Abgaben und Belastungen zu befreien. Das wäre die langfristige Tendenz, auf die wir hinarbeiten müssten. Und dann wäre das so, dass jemand, der sehr viel Geld bewegt, und das sind die Millionäre und die Besserverdienenden, die natürlich mehr Geld bewegen, als Leute, die ein geringes Einkommen haben, jedes Mal eine winzige Mikrosteuer auf jeden Geldtransfer machen würden, dann würden diese Leute am Ende draufzahlen. Das heißt also, der Milliardär oder der Multimillionär hat überhaupt gar keinen Vorteil von seinem Grundeinkommen. Und damit ist die Ungerechtigkeit, die da als erstes moniert wird, auch sofort wieder aus dem System raus. Also eine Finanztransaktionssteuer sozusagen. Ja, also Finanztransaktionssteuer gilt ja nur für die Börse. Ja, aber in Großem ist es für alles. Wenn ich das jetzt Mikrosteuer nenne und sage, auch wenn ich zum Geldautomaten gehe, dann wird dann 0,2 oder 0,3% gehen an den Staat. Wenn ich jetzt 100 Euro abhebe, sind das 30 Cent. Ja. Das ist ja nicht so die große Sache. Wenn ich bei der falschen Bank abhebe, zahle ich 3 Euro oder 5 Euro dafür. Also das wäre jetzt nicht besonders viel. Also überall, wo das Geld entsprechend bewegt wird, würde eine kleine Mikrosteuer, die nicht groß ins Gewicht fällt. Also selbst wenn ich mir ein Auto kaufe, ist es ein lächerlicher Betrag, der da am Ende ist. Aber die Summe dieser Beträge macht die Sache sehr groß. Und natürlich sind die Börsengeschäfte die interessantesten. Man muss sich mal eins vor Augen führen. Wir haben ja vorhin gesagt, wie groß ist eigentlich unser Haushalt? Das sind diese 400 Milliarden, die sind so groß wie das Wasserglas. Wie groß ist unser Bruttoinlandsprodukt? Das liegt bei über 3 Billionen. Das ist dann ungefähr so groß. Und wie groß ist die Summe der Finanztransaktionen, die Bilanzsumme, die mit deutschen Papieren oder von deutschen Banken umgesetzt sind? Und da waren wir schon im Jahr 2013, und das ist jetzt sehr viel mehr geworden, nahe an 300 Billionen, da sind wir heute drüber. 300 Billionen. Das ist fünfmal größer als dieses Fernsehstudio. Und davon müssen wir nur einen kleinen Betrag abbekommen. Und dann hätten wir diese Sozialleistung finanziert, weil diese Summe von etwa einer Billion, die Sie auch ausgerechnet haben, die Summe von einer Billion bewegen wir übrigens auch jetzt. Wenn ich mal zusammenrechne, alles, was ich jetzt an Sozialabgaben zahle, alles, was der Staat an Sozialabgaben, Rente, Krankenversicherung und so weiter macht, kommen wir auf 1,1 Billion. Also auch jetzt werden diese Summen bewegt, aber sie werden nicht vom Staat allein bewegt, sondern sie werden von den Arbeitgebern, von den Arbeitnehmern und vom Staat zusammen bewegt. Jetzt noch mal zurück zu der Idee des Grundeinkommens. Sagen wir 1.500 Euro, wäre das so eine Summe? Das wäre natürlich schon eine Traumsumme, ja. Wäre natürlich wunderbar. Oder 1.400, irgendwie sowas. Wir haben gerade gehört, wie viel das dann am Ende ausmacht. Da sind wir ja nahe an der Billion, die wir ausgeben müssten. Ist davon dann alles zu bezahlen? Kommt die Miete für das teure Leben in München noch obendrauf? Oder wie läuft das? Naja, es ist ja jetzt so, jetzt kriege ich einen Mietzuschuss von 600 und irgendwas, wenn ich in München bin. Und den brauche ich ja natürlich jetzt alles nicht mehr zu kriegen. Weil das ist ja auch schon bei den 1.200 ist ja Miete und sowas drin. Eine sehr spannende Frage, über die man lange diskutieren kann, ist, inwiefern die Krankenversicherung davon abgedeckt ist oder nicht abgedeckt. Da kann man lange Experten-Diskussionen drüber führen. Aber da wäre im Grunde alles drin. Es wäre alles abgedeckt. Ja, über Krankenversicherung könnte man diskutieren. Aber das andere wäre drin. Frau Stitzer, überzeugt Sie? Ich will ein paar Sachen aufdrösen. Mich überzeugt das nicht, also mit Blick auf teures Leben in Städten wie München, Hamburg, zum Teil auch in Berlin. Ehrlich, überzeugt mich nicht. Was die Finanzierung angeht. Wieso, ist das besser als jetzt? Jetzt haben Sie 1.200, dann haben Sie 1.500. Jetzt lassen wir uns mal drüber reden, ob wir das finanzieren können. Da will ich gleich mal bei Ihnen einhaken. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, Arbeit zu besteuern ist problematisch, weil wir da immer Verzerrungen haben. Also je mehr ich die Arbeit besteuere, umso weniger haben die Leute einen Anreiz zu arbeiten. Das ist eine schlechte Besteuerung. Ja, warum haben wir diese Art von Besteuerung? Was wollen wir eigentlich bei Besteuerung erreichen? Wir wollen Einnahmen erzielen, jetzt für das Grundeinkommen von mir aus, aber eigentlich für öffentliche Güte, für die Straßen, für die Landesverteidigung, für die Polizei, für das Gerichtswesen, für die Schulen. Alles das, was der Staat eben finanziert, wofür er Steuern braucht. Wie würden wir gerne diese Steuern erheben, sodass sie möglichst wenig verzerren? Und da ist Arbeit tatsächlich schlecht. Was wäre eine sehr viel bessere Steuer? Ich karikiere das jetzt ein bisschen, aber um es auf den Punkt zu bringen, am besten wäre in dem Sinne eine Kopfsteuer, eine pauschale Steuer. Die verzerrt überhaupt nicht. Jetzt kommen wir aber dann gleich zum zweiten Thema, was wir bei Besteuerung normalerweise wollen. Wir wollen eben nicht pauschal besteuern, sondern wir wollen nach Leistungsfähigkeit besteuern. Denn die Menschen sind ganz unterschiedlich leistungsfähig. Und wenn jeder das Gleiche zur Steuer beitragen soll, würden die meisten das als sehr ungerecht empfinden. Jeder Politiker, der mit so etwas kam, ist schwer abgestraft worden. Maggie Thatcher hat das versucht, ist schwer abgestraft worden. Und das ist auch richtig so, weil die Menschen sind unterschiedlich leistungsfähig und sollten dementsprechend auch unterschiedlich viel dazu beitragen. Das kann ich mit der Kopfsteuer nicht. Das Problem ist nur, wie sonst soll ich denn jetzt die Leistungsfähigkeit festmachen, wenn ich es nicht am Arbeitseinkommen festmache. Das ist sozusagen die Art von Feststellung. Ich mache es am Arbeitskommen fest. Wer mehr verdient, ist offensichtlich leistungsfähiger. Das ist alles sehr mit vielen Ungenauigkeiten verbunden. Und es hat den negativen Anreizeffekt, ja. Aber das ist das System, auf das wir uns bisher im weitesten Sinne verständigt haben. Wenn wir jetzt eine Finanztransaktionssteuer einführen, dann hat die eben trotzdem auch jetzt eine verzerrende Wirkung. Denn es ist ja nicht so, dass die Menschen darauf nicht reagieren werden. Sie sagen, ja, muss ich 30 Cent abdrücken, wenn ich jetzt 100 Euro abhole. Aber vielleicht will ich dann gar keine 100 Euro abholen. Vielleicht mache ich das jetzt in Zukunft gar nicht mehr, dass ich hin und her überweise, sondern dass ich einfach Bargeld nutze. Ich habe in den Studien erlebt, wo man solche Finanztransaktionssteuern eingeführt hat, dass es am Ende zu sehr viel Ausweichreaktion gekommen ist. Frankreich, Italien haben das versucht. Frankreich hatte eben auch auf Aktienbewegungen beispielsweise. Frankreich hat das eingeführt, hatte gedacht, es würde 1,56 Milliarden erlösen, kam bei 750 Millionen raus. Italien hat es eingeführt, das war alles 2013, 2012. Italien hat es eingeführt, dachte, es erlöst eine Milliarde, hat 200 Millionen bekommen. Warum? Weil es diese Ausweichreaktion gegeben hat. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich jetzt auf diese 320 Billionen sind es inzwischen, Finanztransaktionssumme, mal meine 0,3% draufschlage und dass es dann so bleibt. Denn da wird es Ausweichreaktionen geben. Das weiß ich schon, müsste man es global einführen sagen, weil sonst funktioniert die Nummer nicht. Ja, also das weiß ich natürlich, weil ich mich mit dem Thema ja seit 10 Jahren beschäftige und das Argument ja sehr häufig kommt. Nun muss man einmal dazu sagen, diese Beispiele waren keine Finanztransaktionssteuer, sondern eine Börsensteuer auf Aktienhandel, die es bisher gegeben hat. Finanztransaktionssteuer hat das früher mal gegeben, die sind ja mal abgeschafft worden. Aber das ist ja etwas, was früher real existiert hat und was dann bei uns in den 90er-Jahren zum Teil eben gen null runtergefahren wurde. Also keine völlig neue Idee der Menschheit, sondern etwas, was man lange Zeit praktiziert hat. Und jetzt kommt das Interessanteste, die Probleme, über die wir hier reden, also Fragen nach dem Grundeinkommen, Veränderung der sozialen Sicherungssysteme, Nichtfinanzierbarkeit eines Umlagesystems in der Rente, das sind ja Probleme, die kommen ja überall auch in Europa. Das heißt also, diese Dringlichkeit, dass man neue Finanzquellen neben der Besteuerung von Arbeit sich schaffen muss, die stellt sich ja überall. Und in dem Moment sind Allianzen auch denkbar. Ich erinnere mal daran, dass nach der Finanzmarktkrise von 2008 elf europäische Länder ziemlich fest entschlossen waren, in Europa eine Finanztransaktionssteuer und mal ein Binnengebiet zu schaffen, in dem die eingeführt ist. Und das Erschrecken daran ist, dass Deutschland in der Maske der Zustimmung unter all seinen Finanzministern, das gilt für Steinbrück, das gilt für Schäuble, und das gilt vor allem für Olaf Scholz, das hintertrieben haben. Das heißt, man hat immer offiziell gesagt, man will das. Auch Olaf Scholz hat immer gesagt, ja, ja, wir brauchen eine Börsensteuer. Und wäre der Letzte gewesen, der sie je eingeführen würde und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht machen, oder der wird sie so einführen, dass sie im Grunde genommen nichts nützt. Weil? Ich denke mal, damals hat man gedacht, das Wichtige ist, dass man die Deutsche Bank schützt. Ja, also das Spekulationsgeschäft, wo die Deutsche Bank ganz groß drin ist, dass man die schützt. Deswegen war im auffälligen Land wie Österreich, war immer stark für Finanztransaktionssteuern, weil die Österreicher haben keine Global Player in der Finanzwirtschaft. Und die Franzosen waren für eine Finanztransaktionssteuer bis zum Brexit. Und dann kam der Brexit und Macron witterte die Chance, die die Deutschen auch gesehen haben. Ob man die Finanzindustrie nach Frankfurt holt oder nach Paris holt. Und da war das Thema Finanztransaktionssteuer erst mal weg. Und die Amerikaner Dito, ne? Aber ich gehe mal davon aus, mit der Dringlichkeit der Probleme werden plötzlich Dinge denkbar, die heute gar nicht als denkbar erscheinen. So war das übrigens immer in der Geschichte. Alles, was wir heute haben, Gewerkschaften, Flächentarifverträge, Mindestlohn. Mein Gott, ist das alles über Jahrzehnte bekämpft worden. Das ist nicht finanzierbar, das schadet der Wirtschaft. In der ersten industriellen Revolution hat man in England 4% Steuern gezahlt als Industrie und hat sich maßlos aufgeregt. Alles andere wäre wirtschaftsfeindlich und so. Und als das alles mal eingeführt war, hat man gesehen, mein Gott, das funktioniert. Natürlich geht das. Und abschließend noch mal gefragt mit der Bitte um kurze Antwort. Blick auf Rente, würde das auch unser Rentenproblem lösen? Frau Schnitzer sagte, wir müssen uns darauf einstellen, länger zu arbeiten. Wir haben gerade festgestellt, das Wesen der Arbeit, der Charakter der Arbeit wird sich völlig verändern. Würde das auch unser Rentenproblem lösen? Ja, also für mich wäre das Grundeinkommen ja identisch mit der Rente. Und man muss zu dem anderen sagen, dieses mit dem länger Arbeiten, also der Beirat des Wirtschaftsministers, in dem Sie drinsitzen, hat das ja empfohlen. Ich habe das als ein bisschen drollig empfunden. Die Tendenz geht dahin, dass wir in Zukunft weniger arbeiten. Und dann heißt es, aber nur um unsere Rente zu bezahlen, müssen wir viel länger arbeiten. Wer will denn all die 67-Jährigen und 68-Jährigen beschäftigen? Das ist doch nicht aus der Realität. Um mich herum, Leute in meinem Alter, die kriegen alle Abfindungen. Die hören alle auf zu arbeiten mit Ende 50, mit 60. Das sind so diese klassischen Mittelschichtsjobs. Da möchte niemand mehr 67-Jährige oder 68-Jährige beschäftigen. Das ist völlig utopisch. Das stimmt nicht. Denn in meinem Bekanntenkreis gehen Leute in diesem Alter dann noch mal in neue Jobs rein, weil sie gebraucht werden. Da sehen wir nämlich schon den Fachkräftemangel. Aber wo? In welche Bereiche? Ja, durchaus. In Bürojobs. In vielen Jobs werden die gebraucht. Aber im normalen Bürojob nicht? Doch, natürlich. Die normalen Bürojobs wird es ja bald gar nicht mehr geben. Aber aktuell brauchen wir sie noch. Und wir werden also in Zukunft auch mehr Leute sehen, die da auch in höherem Alter noch gebraucht werden. Aber hat er doch recht? Nein, er hat nicht recht. Aber wir bräuchten das doch flächendeckend. Rente mit 68 oder 69. Das müsste doch für jeden gelten. In den vielen Bereichen will man keine 68-Jährigen. Man braucht sie aber. Wir werden sie brauchen. Und Sie werden auch beschäftigen. Aber wo? Sagen Sie doch mal, wo, Frau Stitz, in welchem Bereich? Wo werden die das machen? Da, wo wir die Fachkräfte brauchen. Fachkräfte? Das ist konkret. Fachkräfte wo? In der Altenpflege. Wollen Sie jetzt 75-Jährige von 68-Jährigen pflegen lassen? Wir wollen die vielleicht dann anders beschäftigen. Aber wir wollen noch Lehrer haben. Wir wollen noch jemanden in der Verwaltung haben. Wir wollen noch jemanden haben, der Ingenieur ist. Wir wollen noch jemanden haben, der Frücken baut. Was ist, wenn die Leute nicht mehr arbeiten wollen und müssen dann aber für ihre Rente all die Jahre noch dranhängen und machen dann Dienst nach Vorschrift? Das ist keine Lösung für unsere Wirtschaft und keine Lösung für unsere Gesellschaft. Wenn sie nicht mehr arbeiten wollen, können sie früher in Rente gehen, aber dann mit entsprechenden Abschlägen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir wollen an der Stelle vielleicht noch vertiefen. Warte mal, diese 68-Jährigen, über die wir gerade sprechen, 67, 68, wo gehen die noch mal rein? Wo arbeiten die? Die Fälle, die ich kenne, sind in ihren bisherigen Tätigkeiten in der Verwaltung beispielsweise in einem Unternehmen freigesetzt worden und haben dann Jobs in anderen Unternehmen, in anderen Behörden gefunden, die tatsächlich Leute gebraucht haben. Ich frage mich gerade, wer stellt der 68-Jährige ein? Auch in Ihrer coolen, hippen Branche. Wer stellt der 68-Jährige ein? Bitte nichts gegen 68-Jährige. Ich freue mich, wenn das passiert. Aber mir fehlt die Faltversicht. Tatsächlich arbeiten in der IT-Branche auch viele als Berater, dann später. Die gehen in Rente, sehr oft auch früher in Rente und arbeiten als Berater für Unternehmen, auch auf selbstständiger Basis, meistens. Aber das ist natürlich eine Branche. Das ist doch die Ausnahme, oder nicht? Das ist doch die Ausnahme. In Spitzenbereichen, Berater, Coach und so weiter, das klar, aber doch nicht flächendeckend. Na gut, in Japan zum Beispiel sieht man ja auch viele Senioren, die trotzdem arbeiten, auch in Restaurants und auch in Fastfood-Restaurants, also Billiglöhne, arbeiten, weil die das brauchen. Weil Japan ein gigantisches, demografisches Problem. Das ist ja ein komplett anderes System. Ja, genau. Aber wir laufen ja auch dahin. Ja. Ja, dass die Leute gebraucht werden. Das heißt, die Leute, die gebraucht werden, ja, aber die Frage ist, wollen wir... Dass auch das Geld brauchen, ne? Wollen wir dieses Bild sehen? Also wollen wir das wirklich haben, dass ein 68-Jähriger im Fastfood-Restaurant dann irgendwelches Essen zubereitet? Das wäre doch eine völlige Umkehrung. Ich hatte ja vorhin gesagt, je höher der technische Fortschritt, umso weniger müssen die Leute noch arbeiten. Sie müssen sich nicht mehr tot arbeiten und so weiter. Und jetzt, in dieser reichsten Überflussgesellschaft, die die Welt je gesehen hat, müssen wir nur wegen unseres Rentensystems und nicht aus irgendeinem anderen Grund die Leute jetzt immer länger arbeiten lassen, das ist eine völlige Paradoxie. Das widerspricht allem, was wir an historischer Erfahrung haben und es widerspricht jeder Vernunft.